hallo freunde willkommen zurück zu dem country shop gefließt ich bin metro mario master und ich bin dann die olp ja es geht mal wieder weiter eine neue aufnahmesession ist da ja und jetzt sind wir ja bei letzten welt 64 glatiale fastzeit wenn man ein paar leben verloren haben in den k-level für das leben kommt man da nicht durch ich glaube nicht ich glaube ich auch nicht aber ein bisschen bereit dafür ja ich nicht bist du bereit nein behalte warum nicht ich habe es schon seit einer woche ich will gespielt ja auch nicht oder soll ich war mein spiel stimmt das ist mein spiel ich würde alleine niemals so weit spielen ich auch da müssen wir schon direkt rein ja wir werden sowas von game over gehen ich glaube ich bin aber ich kann das machen mal zurück geht dann mit dem teil da geht ja schon kommen ja wir sagen ja ich kann mich allerdings so wieder beleben habe ich auch keine kinder kommt wurde spiel da wollen wir auch leben und so 1 ich wollte dahin rollen heute haben wir recht ihr leben gut das wichtig anfassen neIL frau neil ich will nein auch dat können мы das sind die ganze zeit zu weitermachen fan spaß ich muss ja fliegen besser darin also macht dann auch wenn man da alle bananen im leben unser leben da werden wir sowas von gehen die bekommene tüftdienst ja auch so eine münze warum volle mir dadurch fliegen gott warum geht eigentlich immer alles kaputt wenn wir irgendwie da vorbeikommen ich kann nicht bei irgendwas ganz klar jetzt mal ganz ehrlich nein aber ein bisschen gleich später hätten ihn hier reingehen um leben leben zu fahren sammeln sie alle nein noch nicht so geil aber besser und zu fliegen sein hast du schon immer ein herz weniger gehabt ja genau da nein ich glaube ich kann mich an das frau am steuer habe ich schnauze wenn man sagen so ein checkpoint oder so kommen ich bin da auch dafür man sieht schon irgendwie aus wie lobe gleich aus dem checkpoint ja dafür wir haben schon immer noch mal nein ich weiß was uns zukommt hast du diese fehler muss ja erinnert mich nämlich irgendwie aus wie bekannt war ja auch schon mal irgendwo gesehen vielleicht sie ja nur geendet wegen turns für bananen ist für mich darunter gehen müssen ich wollte da haben und dann gekommen wenn ich bin da drauf gekommen die sind auch meine haare wie man da hat sie sich nur ganz wichtig die ganzen buchstaben 1 wenn da war ja was ja und da ist das das ist ein turnier von langsam fliegen aber kein total das gehe jetzt schon leicht vorbei aus dem checkpoint oh gott jetzt noch eine lore kommt ein schnee ihr doch ist das lohnlevel irgendwie sind wir uns zerstörbar so und vielleicht doch nicht er ist ein schnee war den kann sie nicht kontrollieren sie bereit dafür springen wir haben es kaputt gemacht münzern 6 dreck leben kaufen ja aber wir haben ja gar nicht hier denken hier haben wir doch nicht donkey kong insel noch ein boss jetzt keine ahnung wie viele sagen und dann noch kommen ich habe schon eine loregenglaube gesehen letztens ja und jetzt hat die näher war die schon okay ich dachte ja noch ein zwei drei vier da unten ist funky funky wir müssen zu fangen die bank ist kram kiste ja lass uns ein paar leben kaufen ja wenn will ich eigentlich verarschen schneeflock schock er soll nicht leben leben ja wenn will ich eigentlich verarschen also was man sterben sei noch nicht immer so direkt so negativ und ganz doll du sobald hoch gelandet werde ich immer nachziehen wer am häufigsten gestorben ist auch eine blase auch eine blase auch ganz schnell kommen und tödlich ist auch passen und fass ich die überhaupt an ich da nicht in das schneeflocker so genau so genau und und au meine güte da haben wir schon das macht fast da unten genauso ich sehe mich schon auf mich ein bisschen warten ich war es nicht auf dich du bist scheiße wir sollten darüber kommen kommst du jetzt mal wie soll ich nach rüber kommen da war ich so springen ich glaube gar nicht so hoch man kann es ja auch stampfen so ganz kaum war dann war ja war mein gott passiert nein ich glaube da kann sie auch irgendwie drauf schauen von auf die dinge springen die lege viel zu weit so schnell versuchen wir zu stampfen tatsächlich oder das nein 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 warten und warten und weiter warten ja warum warum was ist ja ich habe das ein bonus spiel warum ich bin gar nicht da jetzt da ist der rum gehört mit ganz allein ja okay ich muss weniger machen wenn wir sind darum versteht es okay rum ist mit arbeit verbunden aber ich kann meins und plötzlich bin ich da und davon wir gehen und davon wir lassen mich nicht an habe ich ihn gerne getötet ja gott da auch warum warum was aber noch nicht zu nehmen ich wollte daran und festhalten fast wirklich an ja ja du bist schon ganz kommen vor dem sicherheit bleiben jetzt sind er sich an ich würde mich anzünden ich habe mich übersteuert leben leben das heruntergefallen landen jetzt kann man sterben lassen wir können und sterben und pass auf hier verdammt so oder man muss das wollen müssen da fasst mich nicht an was okay fasst mich nicht an da ist ein fahrzeug gesehen und was mit mir anfassen ich habe mich geworfen der psa kann es war er ist gefordert gewesen dass du weh da wir haben es zurück im richtigen hat jetzt und dann erwartete jetzt immer okay nämlich zu hause schießt ich soll schießen okay oh gott wahrscheinlich der letzte buchstabe das gibt es da nicht leben aber noch nicht mehr viel wir haben alle und ich glaube ich glaube ich war ich 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 also darunter geschmissen und ja das musst du schon oh gott du mein riesen eiszapfen ja man die dinger kaputt ja ja schnell stamm und sowas haben alles nennen warum danke schön da wieso muss man nie wieder rein nie wieder wie viele minuten haben wir noch zehn minuten jetzt das wie so eine karine schatten lawinen machen wir weiter neu leben ok ja wir sind jetzt mutig wir sind dämlich wir sind mutig und dämlich natürlich nicht aber vielleicht nicht warum hast du mich an und gerade ich es wird langsam episch hier aber was voll du das war wort nein dort ist mein hobby sein schriftsteller oh gott soll man noch in aber wir haben sind drin ja ich komme aber auch das ist auch ein stachel oh mein gott ich habe ich gesehen gris sondern gut ist ja jetzt ich wusste hier oben ist was hier oben ist was ich habe was ich wollte aber nicht ja war es hat mein gott ist das episch hier kommt zurück schick point ist auch ob es immer etwas ja noch mit dem zu töten nein stacheln setz stacheln das ist jetzt schon wieder so unter meinen oder bei den füßen kaputt gegangen mann wirst du bitte mal kommen nach der shop start jetzt bin ich gekommen dann gestorben aber immerhin haben wir alle puzzle teile aber es gehen die leben aus und genauso zu nehmen damit verdammt kommen jetzt einfach schnell durch ich trau auf und frage die ganze zeit und das hat schon wenn ich auch darauf rechte ich auch irgendwo und das ender kommt schon also sagt den bergsteiger ich bin ich bin genau michein ich bin Oh, weiter? Komm. M-Wep? Oh, was? bezeichnet wir sind nicht mehr recken immer weiter nach oben noch ein leben ausgezeichnet haben wir alle leben zurückbekommen wir müssen dieses leben nie wieder machen warum schaut man die schwersten der lauf anliebt mit allen ich weiß es nicht da gibt es jetzt einfach nicht haben wir jetzt noch welche kaufen oder nicht natürlich natürlich waren wir noch zeit wo ich wieder sind 1 2 3 4 ist echt noch viel ja aber die dunklen ginsen ist ja auch relativ groß hier reicht noch mal für zehn bananen ja ich würde mal sagen wir kaufen jetzt die leben dann behalten wir den bart ja das war der plan ja 25 schon surfen soll ja gerade total in sein ich weiß nicht das reicht auch für den part und dann sind wir es voll zwängig weg bis dann und tschüss ja 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 ja